Okay, darf ich mal probieren? Oh yeah! Guck dir alles an! Schon ne neue Version? Super, man. Was hat die gekostet? Ja. Ja! Über Geld spricht man nicht. Hab ich mal? Ja, muss gucken, ob das Magazin... Muss halt rein und dann an der Seite, wenn sie nicht... Boah! Ah! Finkt halt einfach schon fies. Fuck. Da würden dich manche Sniper für beneiden, ey. Das stimmt, ich schieße auch weiter als alle L96. Aber du hast auch mehr bezahlt als alle L96. Oh ja. Vermutlich. Tipp ich mal. So kurz, ey. Die Reichweite und die Präzision, Alter. Das wollen wir auch noch mal. Ich muss dich auch noch mal befehlern, ich hätte auch noch keine Handgasse. Ich hab dich gelassen. 1700 meine ich. Nur für die Waffe, ohne Magazin und alles. Das Problem, kann ich dir ehrlich sagen, ist der Akku. Ähm. Die Akkus sind nämlich zu... Also das ist der große 165er Zylinder jetzt. Der Lärm alleine ist es wert. Ich brauche einen. Und du brauchst halt einen 12 Volt Akku. Und Systema hat dazu geschrieben, wenn du nicht einen Akku von Systema benutzt, entfällt die Garantie. Das heißt, du musst ein Original dir besorgen und rate mal, wo es die gibt. Was ist das Thema? Bei Kotze? Nein. Bei Kotze. Bei Kotze. Das einzige, was du bei Kotze kaufen kannst, sind große und gelbe Ampeln. Ampel. So, ja. Okay. The bekommen das hier. Okay. Untertitelung des ZDF, 2020